Engin Akurek, einer der beliebtesten Schauspieler der Türkei, wurde nach einer schwierigen Operation endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Die Schauspielerin, die nach einem langen Behandlungsprozess wieder gesund wurde, erregte Aufmerksamkeit mit den fröhlichen Bildern, die sie der Presse präsentierte, als sie mit ihren Babys das Krankenhaus verließ. Am Ende des schwierigen Prozesses starteten Engin Akurek und seine Familie einen Neuanfang. Das Lächeln auf Engin Akureks Gesicht, als er mit seinen Babys die Krankenhaustür verließ, zeichnete ein hoffnungsvolles Bild für seine Lieben und Fans. Engin Akurek durchlief kürzlich nach seinem lebensbedrohlichen Unfall einen schwierigen Behandlungsprozess. Der Schauspieler, dessen Herz während der Operation zweimal stehen blieb, kam dank der Bemühungen und des Kampfes der Ärzte wieder zum Leben. Diese Nachricht traf sowohl seine Familie als auch Millionen von Fans zutiefst. Dank der Gebete seiner Lieben, der Unterstützung seiner Familie und der professionellen Interventionen meiner Ärzte galt die Genesung von Engin Akurek als ein Wunder. Der Zustand von Engin Akurek, der nach der Operation auf der Intensivstation blieb, wurde genau überwacht. Während die Ärzte ihren Widerstand und ihren Kampf ums Überleben in diesem Prozess würdigten, erlebte auch ihre Familie Momente voller Geduld und Hoffnung, Insbesondere zwei Tugba-Büyüküstün, die Inchi während des gesamten Prozesses zur Seite standen. Er stärkte sie mit seiner moralischen Unterstützung. Diese Liebe und Unterstützung innerhalb der Familie spielten eine wichtige Rolle bei der Genesung des Schauspielers. Während des Krankenhausaufenthalts von Engin Akurek waren auch Tugba und ihre Babys bei ihm im Krankenhaus. Wir informieren Sie ausführlich zum Thema. Folgen Sie uns weiterhin. Auf Wiedersehen.